Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Dienstag, heute ist der 22.06.2021. Es ist 8.24 Uhr. Ich bin jetzt gerade dazu gekommen, hier mal ein bisschen einen Vlog aufzunehmen. Der Arbeitsrechner musste dreimal gestartet werden, weil irgendwie was nicht stimmte. Und jetzt geht's. Hilft ja bei Windows immer ganz gut hoch- und runterfahren, an- und ausschalten. Nee, aus- und anschalten. Ja, wettertechnisch ist es heute stark abgekühlt. Wir haben gerade 18 Grad. Das sind in Summe einfach mal 14 Grad weniger als gestern. Das ist echt... Ja, Regen soll es heute geben. Und wir kommen heute irgendwann auf 23. Ja, und dann mal gucken. Am Wochenende wird es vielleicht wieder ein bisschen wärmer. Wir schauen einfach mal. Ja, ich musste sogar eine Decke benutzen heute Nacht. Die letzten beiden oder drei Tage war das ja eher nicht so der Fall. Da hatte man ja nachts irgendwie noch 30 Grad gefühlt. Und jetzt kühlt sich das aber, wie gesagt, spürbar ab 18 Grad. Ich werde mich gleich mal aufs Fahrrad setzen und schnell zum Edeka rüber und was Essbares holen. Und dann werde ich wahrscheinlich ein Jäckchen anziehen müssen. Eine Strickjacke oder sowas. Oder ein Wintermantel. Ja, ansonsten, was gibt's zu erzählen? Wir haben gestern Disco Elysium weitergespielt. Sind ein gutes Stück vorangekommen. Haben mit dem Gewerkschaftschef gesprochen, der ziemlich schmierig war. Und, ja, haben uns gut amüsiert, würde ich sagen, drei Stunden lang. Und die Zeit verging wieder wie im Flug. Lag vielleicht daran, dass es wieder viel Text gab, viel zu lesen, viel zu entdecken. Aber auch, ich glaube, neben dem Spiel haben wir uns über viele Dinge im Chat unterhalten. Oder besser gesagt, im Chat wurde geschrieben und ich habe dann dazu was gesagt. Ja, heute 15 Uhr habe ich ein Vorstellungsgespräch für eine andere Stelle im Unternehmen. Oder für eine neue Stelle, für eine neue Position. Anderthalb Stunden sind angesetzt. Und ich bin gespannt, wie das wird. 15 bis 16.30 Uhr könnt ihr ja mal an mich denken. Wenn ihr mögt. Ja, ansonsten jede Menge Telkos heute wieder. 2, 3, 4, 5 Sachen besprechen. Aber es gab auch ein bisschen Entspannung. Ich habe gestern mit meiner Chefin gesprochen. Und ein Termin wird auf Eis gelegt. Der andere wird verschoben. Und somit ist die Woche relativ ruhig, glaube ich. Zumindest stand heute. Wir gucken mal, wie sich das vielleicht noch im Laufe der Woche entwickelt. Ja, ansonsten heute wird nicht gestreamt. Wie gesagt, ich habe heute bis 16.30 Uhr mein Gespräch. Und dann werde ich, glaube ich, zumindest onstream nichts mehr spielen. Vielleicht gucken wir heute Lost weiter. Wer weiß das schon. Morgen ist Mittwoch. Morgen werde ich wieder streamen. Da ist von 16 bis 19 Elite Dangerous ein Thema. Da freuen sich bestimmt schon ganz viele drauf. Und ja, dann gucken wir mal, was der Rest der Woche so mit sich bringt. Friseurtermin habe ich jetzt mit Nadine ausgemacht. Geht leider erst nächsten Freitag. Ich wäre gern diesen Freitag gegangen, aber geht nicht. Ist erst nächsten Freitag möglich. Also am 2.7 Uhrzeit haben wir noch nicht gemacht. Aber hoffentlich geht es irgendwie am Nachmittag. Mal schauen, weil Vormittag ist schwierig, da ich arbeiten muss. Und einen Urlaubstag für Haareschneiden will ich eigentlich nicht nehmen. Ja, und mal gucken, wie die Pläne jetzt am Wochenende aussehen. Samstag kann es ja durchaus sein, dass wir irgendwie in einen Freizeitpark bei Leipzig gehen. Ich habe jetzt den Namen leider schon wieder vergessen. Wartet mal. Ich finde den. Ich finde den. Ja, Belantis heißt das. Familienfreizeitpark bei Leipzig. Ja, und da sind wir wohl noch überlegen, wann, wie, ob und wie lange und mit wem. Und ich war gestern bei dem Gespräch nicht dabei, wo ein bisschen darüber geredet wurde. Wir gucken mal. Sind ja auch noch ein paar Tage bis zum Wochenende. Und Leipzig ist ja jetzt auch keine Riesenreise. Also ist ja nicht so weit weg. Okay, dann würde ich sagen, habt alle einen wunderschönen Dienstag. Kommt gut durch das kühle Wetter. Ich bin sehr glücklich darüber, dass es sich ein bisschen abkühlt, wo man meinen Kopf sich dazu schon ein bisschen meldet und drückt. Aber lieber zu kühl als zu heiß, sage ich immer. Gut, dann einen wunderschönen Dienstag. Kommt gut durch den Tag. Und wir sehen uns morgen beim nächsten täglichen Vlog hier auf diesem Kanal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020